Hey und Willkommen auf meinem Kanal Mache Darfest und zu einem neuen Verräter Forrest mit der Frami. Guten Tag, ich bin am Verrungern. Ich auch. Du hast tausend Verestungsverräter und wir sind am Verrungern. Wir müssen fahren. Nein, 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 nein. Du bist Farschen oder so? Scheiße, scheiße. Du bist Farschen oder so? Direkt oder? Wie ist das mal hier? Direkt am Schleben. Ja, natürlich. Ihr Standort. Das ist aber wirklich so. So, ich habe eine Idee, was wir heute machen können. Und was? Du weißt doch, wo damals unsere erste Base war, ne? Ja, ja. Also bei unserer anderen Welt. Das war vielleicht natürlich. Ja. Und da ist doch diese eine Höhle. Da könnten wir vielleicht hin, da könnten wir die Tauchaufssystem holen. Ja, cool. Ja, cool, mach mit. Dann komm mit. Jetzt loslaufen. Oder wir gehen erstmal noch schlafen. Ja, noch schlafen. Komm. Wie du grinst. Kau. Komm. Komm hier in die Ecke. Ich rieb mir hier zu viel, Mann. Hopf, komm. Komm mit. Du. Ja. Obst, das war dein Kopf. Du holst es aus. Wir haben genug Essen. Komm mit. Das ist gemein, wenn wir essen haben. Nein, wir haben genug Essen. 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 Das wäre falsch. Das wäre komisch. Das wäre komisch. Das wäre komisch, wer. Wenn du meine Mutter wärst, wäre das sehr falsch. Aber ja. Ja. Ah nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, dass ich das seitlich kranken kann. Wie du grinst. Das hätte mir langsam so. Niemand. wird mir noch mehr zu filmen jetzt schickt mir jemand ich habe keine zeit ich habe keine ahnung mehr wo es ist ich glaube ich habe es in morin es war ganz falsch zu sagen dass du der anführer bist ich glaube das zählt jetzt ein paar tagen warum weil du der anführer mal bist ja jetzt hast du mal eine gute große aufgabe freunde auch ich bitte ich bin zwei auf einmal 5000 2000 von 2 und jetzt hier sind nur zwei ich nehme eine tablette also gekochtes fleisch durch kann sich essen und so im grund gustav das ist gut das versteht ja nicht dass wir jetzt auch nicht hier erklärt ja ne interessante story für nichts youtube hallo auf große wasser das passiert wenn er der anführer ist und wir werden direkt angegriffen bestimmt nicht du bist schuld was schuld wenn du flamme bist wow versteh auf wir schaffen es ich in deiner folge gar nicht zur höhle jo wer der rote band der sieht rot aus bei der blut da lebt hier noch nein das ist kein blut das ist rote es gibt echt rote farbe im spiel ich wollte ich weiß auch wo die ist doch aber das lohnt sich jetzt nicht dahin zu laufen weil nämlich dort wo wir jetzt gleich hingehen übrigens in einem zweiten teil soll es glaube ich auch dort in die höhle wo wir jetzt gleich gehen weißt du noch dass es extrem viel wasser gibt ne ich möchte jetzt nicht spoilern in den nächsten teil wird es dort glaube ich ne hai oder sowas geben geiiiil geiiiil das bedeutet dass der nächste teil sehr sehr viel schwerer ist das hinter dir jetzt gehen wir ran ich lasse dich nicht aus den augen glaub mir ja das heißt leider das heißt leider nicht ich bin ruhig also nehm doch den stoff wieder ist wichtig was mit stoff alter ah ich brauch's so ich ich soll euch gewarf jetzt mal was was brauchst du denn das mit alkohol und mit stoff ja ja damit schieße ich äh nicht dich ab nein nein das hab ich nicht das hab ich ähm das hab ich ähm so hallo ich hab ich hab den stoff eingesammelt ah ja ok ja ok aber was denkst du jetzt schon wieder nix ja 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 das glaub mir zähle ich du musst dir ja was denkst du gott was ich denke ja daran was du jetzt schon wieder da vorne anstellt weil ich dich gar nicht im css so gut für nur gute sache ich will jetzt gern was sagen aber ja gesundheit stirb dich schon wieder halber so hustet nicht ich hab nur ne ahnung wo hingehen aber ja das ist mal wurscht wie du hast keine ahnung das ist das ist oh man zelt ich war dort schon ich bin auch mal bei dem zelt aber du bist der anführer du guckst diesmal wo wir lang müssen ich speichern mal ab mach was mach was du willst du ich muss dich doch direkt mal nutzen es war ein befehl ist okay ich liebe diesen warum haben wir hier keine base gebaut hier wäre es auch geil gewesen deswegen über ein baum ich habe sie direkt die sachen geklaut mir egal war jetzt acht aufgefunden ich habe wahrscheinlich ich habe gustav gefunden ähm ganz tiefes niveau ganz tief ich hab's nicht verrappelt was du mal morgen wer schreibt mir jetzt schon wieder folgen sie mich ja hier reiseleiter darf es jetzt am start ja hallo du weißt es nicht dort sind wir doch mal mit einem kollegen hier boot gefahren erinnerst du dich die mini inseln hinten hinten ich weiß dort war ich nicht in dieser welt ah ja ich weiß genau wo wir es sind weil ich habe das gefühl dass du keine ahnung hast da rennen du vor ich bin fehler aus rennen du vor sonst kommt die ketten sie zum einsatz geschnitzelt andere ich habe hunger ja du musst jetzt reden schuld sein kannst du mal aufhören ja scheiße ist gerade bis zu ihr dann ich sollte dir auch für ein befehl zu erteilen auch mal so ein geigener rosen und so ein schalter auf dem bolz für dich wow gehst du mit dahinter doch ja ich verstehe du hexe ja genau du bist keine hexe nein du bist eine oberhexe und sei ja bitte das hast du gerade nicht gesehen da schneidest du raus nein 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 effekt drauf weiß doch bei unserer privaten welt sind hier und so einzig großen mobs gewesen ich weiß ich weiß wo ich sich retten musste nein das stimmt wenn er selber drauf gegangen bin bei 6 millionen tausend meter weit laufen musste das ist noch nicht drauf nächste frage bei der großen hülle damals bei der großen schlucht bin ich nicht drauf gegangen aber du alleine du hast jetzt nicht los ich weiß nicht was du meinst doch 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 ich sterbe auf fluss da da bin ich nicht gestorben Olaf eigentlich wollte ich hier unbedingt das binne baseball ich wusste noch nicht mehr genau wie wir hierher kommen mein name ist Hase ich weiß von nichts ja ja das ist absolut selig ja das ist absolut selig ja kannst du mal schneller machen ruhe gericht gericht scheiße oh hingehen wir tolles hey ja das warst du nein so ist kein monster ja du natürlich ich nicht das ist ja ich glaube am leute wollten schicken machen ja genau so ist das bestimmt entstanden ja ja ganz genau was ich war ich habe ich habe nicht zweimal gehört ich bin ja ich bin hier runter gefallen ganz tief ich war auf den stein aufgeklatscht ich habe eine notiz gefunden das habe ich zuvor noch nie gesehen ich bin mir sicher oder hast du angst ich bin jetzt nicht alleine nein 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 du lässt mich doch jetzt hier nicht alleine doch du bist angst hast weißt du das warum machst du immer den sicheren weg ganz ehrlich ich habe vorher ich bin auch nicht mit absicht das wollte ich nicht da geht es weit runter da geht es sehr weit runter ich habe eine leuchtfrage runter geworfen da lieber nicht bist du feige bist du feige ich will dich aufgespießt werden das ist doch drauf los und aufgespießt ist doch lustig und wir sehen uns bald nicht das ist monster gerade gesehen du weißt wo wir grad sind ich glaube wir waren hier schon mal ich habe doch gesagt weißt du was dafür monster ist das ist der gefährlichsten und seltensten ich habe einen für uns der stärksten ja flieg quick quick oh ah hilf wir das überlebt habe ich lehrt sind lebt es ich sagen dass bei mir die folge ist mein herz